Hi Leute, ein anderes Thema, das ich noch mal anschneiden wollte, ist ein buddhistisches Thema. Einfach niemals beachtend zu sein. Die Leute projizieren immer auf alle äußeren Umstände, alles mögliche drauf. Man sollte einfach mal bei sich selber bleiben und andere Dinge nicht verurteilen. Du lebst nicht das Leben von den Anderen, die Anderen können machen, was sie wollen, veränder du dich und alles im Äußeren wird sich auch mitverändern. Ja, unsere Wahrnehmung, unser Gehirn funktioniert mehr, man kann sich es vorstellen wie ein Radioempfänger, Fernsehempfänger. Du kannst den Radio auf eine gewisse Frequenz einstellen und auf der Frequenz hörst du dann das, was da ist. Und wenn du es halt auf eine niedrige Schwingungsfrequenz einstellst, dann nimmst du halt den ganzen Dreck in der Welt wahr, was dich so stört und ja, du kannst den Radiosender aber auch einfach auf eine höhere Schwingungsfrequenz einstellen. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen dann nicht mehr da sind in der Welt, aber du kannst halt immer eh nur eins wahrnehmen, wie beim Radiosender auch, du schwingst dich halt auf eins ein. Und ja, so läuft das denke ich auch mit der Wahrnehmung und manche Leute schocken sich dann ins fündige Scheißfeld und warum nicht eine schöne Welt schirpen? Ja. Ob wir in den Augenblick reinkommen, was man Lust drauf hat und der Rest regelt sich dann, wenn man wirklich das Vertrauen dazu hat, das wirklich zu machen, was man fühlt, dann gibt es auch keine, dann schafft man sich auch nicht beides, sobald man aus dem Hirn raus schafft, aus dem Kopf, durchs Denken, sein Handeln erzeugt, schafft man sich immer beides, wenn du aus dem Kopf eine Handlung machst, dann schaffst du dir immer Krieg und Frieden. Wenn du nach dem Herz handelst, das Herz ist nicht polar, es ist nicht, ja, ist nicht polar aufgebaut wie andere Organe, ja, viele Organe, die polar einfach aufgebaut sind, das Gehirn ist in zwei Hälften geteilt, die Nieren, die Lungen, ja, und Augen, Ohren, Ohren, Ohren auch, und man muss sich wieder, ja, wenn man sich wieder mit dem Herzen verbindet und man das macht, was das Herz einem sagt, das ist einfach nur, es ist immer richtig. Es ist, und da gibt es dann auch kein Verurteilendes Handeln mehr, dann, wenn ich auf mein Herz höre, dann, dann fühlt es sich, ich mache einfach das, was sich gut anfühlt und es war dann immer das Richtige. Selbst wenn ich vorher schon weiß, das wird scheiße, aber ich habe es in dem Moment gefühlt und es war gut und deswegen mache ich es. Und da gibt es dann auch kein Verurteilendes Handeln mehr. Die Leute neigen ja immer, es zu verurteilen, es selber zu verurteilen, wenn sie irgendwas Ja oder Nein sagen, dann wäre die Aussage schlecht oder mache einfach das, was mich, was richtig sich anfühlt. Und, ja, es ist mir dann auch egal, ob ein anderer das nicht macht oder auch, dass es sich wirklich gut anfühlt, so was nicht machen. Jeder lernt dann auch seinen Fehlern. Dass man einfach nie jemanden, der auf einer höheren Stufe gerade ist, verachtet oder auf einer niedrigeren eben, ähm, da gibt es einfach keine Verachtung. Es baut einfach aufeinander auf. Es ist wie, ich verachte auch keinen Metzger oder so, der ist halt gerade auf einer anderen Entwicklungsebene, der wird es auch, der wird noch zu einer Erkenntnis kommen, der wird seinen Weg schon finden. Und es baut immer aufeinander auf. Wenn du eine Leiter hast und die erste Stufe wegnimmst, dann ist die Leiter ein Stück kürzer, dann kommst du auch nicht ganz nach oben. Die unteren Stufen zu verachten, nur weil man gerade oben ist oder weil man gerade irgendwie höher als ein anderer ist oder meint, das macht man gerade besser als ein anderer, das ist einfach nur Unsinn. Genauso wie es auch Unsinn ist, irgendwie ein, was weiß ich, ein Tier mit einem niedrigeren IQ zu verachten oder irgendwie Steine oder was weiß ich. Das ist einfach Quatsch. Ähm, ja, es entwickelt sich halt einfach so. Erst gibt es eine Zelle, dann zwei Zellen, drei Zellen und dann, es wächst halt und es baut aufeinander auf. Und da gibt es nichts zu verachten einfach. Ja, das wollte ich dazu nochmal loswerden. Also bleibt immer bei euch selber einfach und, ja, verhandelt ihr und der Rest wird nachziehen. Das wird halt kommen und einfach vertrauen. Und ja, jeder einfach seinen eigenen Weg gehen. Macht's gut. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ciao. Ja, das ist auch nochmal so ein Ding, was ich heute anscheinen wollte. Und ja, einfach nach dem Herzen handeln. Man liegt immer richtig. Macht's gut. Ciao.